Hallo Jungs bitte registrieren Sie sich, um die neuesten Informationen zu erhalten. Das Musical Tanz der Vampire kehrt nach Oberhausen zurück. Das hat Stagia Entertainment heute offiziell bestätigt. Voraussichtlich ab Mitte Oktober wird es im Metronom Theater laufen, allerdings nur 5 Monate lang. Das Musical war schon von 2008 bis 2010 in Oberhausen aufgeführt worden. Der Vorverkauf ist ab sofort eröffnet. Derzeit läuft noch Bad Out of Hell.